Der Zustrom der Flüchtlinge steigt weiter unaufhaltsam an. Die Landkreise und Kommunen stellen diese prekäre Situation vor immer größer werdende Herausforderungen. Der Landkreis Tübingen muss allein im August dieses Jahres mehr als 200 Flüchtlinge aufnehmen, dreimal so viele Menschen wie noch im April. Das heißt, der Landkreis muss kurzfristig hunderte zusätzliche Unterkunftsplätze schaffen, denn die derzeitigen Unterbringungsmöglichkeiten werden voraussichtlich zum Ende der Sommerferien komplett erschöpft sein. Direkt vor dem Landratsamt in Tübingen steht das Containerdorf für die Flüchtlinge. Etwa 100 Menschen kommen hier unter. Zwar könnte der Landkreis die Siedlung erweitern und neue Container bestellen, doch die Lieferzeit dauert sechs bis sieben Monate. Schnellere Lösungen müssen her. Das Land hat keine ausreichenden Erstaufnahmekapazitäten, ich sage jetzt mal auch nicht geschaffen, entgegen unseren Meinungen. Die Menschen werden direkt auf die Landkreise verteilt. Sie sehen momentan Unterbringung in Zelten, in Autobahnmeistereien. Der Herbst wird kommen, der Winter wird kommen und die Menschen werden zu uns dann auch gebracht werden und wir müssen sie unterbringen und deshalb versuchen wir möglichst frühzeitig Vorsorge zu treffen. Jetzt gilt es auf die Turnhallen auszuweichen. Im Fokus steht vor allem die Kreissporthalle in deren Dingen, aber auch eine Turnhalle in Ofterdingen, vorausgesetzt der Gemeinderat, stimmt in seiner Sitzung kommende Woche zu. Wichtig sei hier, so Walter, dass der Sportunterricht nicht ausfalle. Die Schulen und Vereine seien informiert, die Rückmeldungen bislang positiv. Unser Ziel war es im Übrigen nie, Turnhallen in Anspruch zu nehmen, weil ich glaube, es ist für die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht das beste Mittel. Aber Sie sehen, wir haben jetzt in der Tat keine andere Möglichkeit mehr und deshalb brauchen wir ab Herbst dann die Kreissporthalle sozusagen als Auffangzentrum. Daneben appelliert Landrat Walter aber auch an Vermieter und Gewerbetreibende im Landkreis Tübingen. Leerstehende Häuser, Wohnungen und auch Industriehallen würden für die Unterbringung der Asylbewerber gebraucht. Bitte keine Sorge, der Kreis, der ja der Mieter dann ist für die vorläufige Unterbringung, ist kein schlechter Mieter. Er zahlt regelmäßig. Oft haben die Menschen die Sorge, was passiert, wenn meine Wohnung beschädigt wird, mein Haus beschädigt wird. Wir stellen den ursprünglichen Zustand her. Die Stimmung im Landkreis sei insgesamt noch positiv und es gäbe viele ehrenamtliche Helfer, so Landrat Walter. Aber da die Erstaufnahmestellen überquellen würden und es dort auch an Betreuung fehle, würde da durchaus manche Skepsis entstehen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die zwischen Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen greifen und wir im Januar tatsächlich in der Situation sind, dass Asylverfahren zügig durchgeführt werden und sozusagen die Menschen nicht einfach ungebremst in die Kommunen kommen und dort untergebracht werden, sondern die Verfahren bereits in der Erstaufnahme abgewickelt werden. Inzwischen prüft der Landkreis auch, in welchen bestehenden Flüchtlingsunterkünften eine Nachbelegung möglich sei. Dann könnte auch die Vorgabe, eine Wohnfläche von sieben Quadratmetern pro Person zur Verfügung zu stellen, nicht mehr eingehalten werden.